Etzelsbach im Eichsfeld. Von dieser Riesenbühne soll Papst Benedikt zu den Gläubigen sprechen. 100.000 werden allein in Thüringen erwartet. Berlin Olympiastadion, auch hier wird ein eigener Altar für den Papst gebaut. Das Stadion hat 70.000 Plätze und ist quasi ausverkauft. Berlin Bundestag, hier hält sich die Begeisterung in Grenzen. Zwar haben sie den Papst gemeinsam eingeladen, von 620 Abgeordneten könnten jedoch 100 fehlen. Von SPD, Grünen und Linkspartei. Der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche mit seinen Haltungen fordert geradezu die Debatte heraus. Aber es wird so sein, er hält seine Rede und danach ist Ende. Und genau die Debatte ist an dem Moment nicht möglich. Und ich glaube auch, es entspricht nicht unserem Prinzip der Trennung von Staat und Kirche. Das ärgert jene, deren Parteien das C im Namen tragen. Der Boykott sei schäbig, die Argumente der Papstgegner geschichtsvergessen. Wir sind ein christlich geprägtes Land und wer die Religion aus dem öffentlichen Raum verbannen will, wie mancher selbsternannter Laizist in der Opposition, der verkennt das Grundrecht auf Religionsfreiheit. Wenn Parlamentarier statt der Rede im Bundestag zuzuhören und daran teilzunehmen, dann auch noch zu solchen Demonstrationen aufrufen, dann finde ich das eben ein intolerantes Verhalten, fast ein pubertäres Verhalten. Es geht auch anders. Volker Beck wird erst dem Papst zu hören, aus Respekt und anschließend demonstrieren gehen. Aus Prinzip. In Sachen Menschenrechte und in Sachen Sexualpolitik entspricht er nicht dem, was unser Grundgesetz von der Politik verlangt. Und da ist Widerspruch durchaus legitim, in welcher Form der zum Ausdruck kommt. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Heute haben sich die Papstgegner vor dem Bundestag warm gelaufen. Am Donnerstag müssen sie weichen. Der Papst kommt als Staatsoberhaupt mit großem Sicherheitsabstand. Dann muss sie nur ein Glas einflaschen geben. Das ist das Glas, das ist ein Glas. Dann muss sie übernANCen. Dann müssen sie ein Glas, das ist eine schöne Musik. Dann müssen sie mal dann mal durchgefahren, Vielen Dank.